Musik Klick auf meine Bananen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, beziehungsweise zur ersten Folge Survival Games, seit langem mal wieder. Und zwar habe ich hier zwei relativ gute Runden aufgenommen, fand ich. Ich habe zwar nicht gewonnen, aber ich denke, vom Gameplay-Technischen her reichen sie aus. Das ist heute nur ein kleines Infovideo, damit ihr mal wisst, wie der aktuelle Stand ist. Und zwar, also ich bin jetzt mit einrichten, soweit fertig. Leider liegt League of Legends noch ein bisschen rum, wegen meiner Grafikkarte, keine Ahnung, was da los ist. Ich habe mich da mal ein bisschen belesen, das muss an den Treibern liegen. Aber ich denke, das kriege ich die nächsten Tage noch hin. Und ja, ich hatte jetzt wieder eine Woche Schule, heute ist Freitag, also erst mal wieder Wochenende. Deswegen kam jetzt die Woche überhaupt nichts. Aber ich denke, das wird sich am Wochenende ändern. Also die Runde kommt ihr dann auf jeden Fall. Und ich hoffe, nächste Woche schaffe ich es dann, die geplanten drei Videos hochzuladen. Mal sehen. Aber ich denke, das müsste was werden. Mit dem Kurzfilm, ich habe noch nicht weiter daran gearbeitet. Die Geschichte ist nach wie vor in meinem Kopf, ich müsste das mal alles niederschreiben. Und dann könnte man, denke ich, den drehen. Aber das beansprucht auch ein bisschen an Zeit. Am Ende geht der eh nur fünf Minuten. Oder weniger. Ja, und was ist mit dem neuen Projekt los? Ich wollte eigentlich mit dem lieben Lory ein Adventure-Modpack spielen, also wie Hexed oder ähnliches. Aber irgendwie ist daraus noch nichts geworden. Ich muss mit ihm dann nochmal reden. Auf jeden Fall wird nächste Woche eine Folge Badwars.com. Ich bin jetzt übrigens schon unter den besten 1000 auf dem Ketoxian-Server. Dann vielleicht der Kurzfilm. Je nachdem, wie lange ich, wie viel Zeit ich habe. Vielleicht bereite ich den morgen mal vor und vielleicht drehe ich den morgen schon. Ich muss einfach gucken. So. Wie lange haben wir noch? Eineinhalb Minuten. Gut. Was noch ist, dass ich jetzt eine League of Legends-Serie geplant habe. Nichts Besonderes, einfach nur ein paar Runden spielen. Verschiedene Champions probieren. Und ja, ich denke, da werde ich dieses Mal auch die Runden in voller Länge lassen. Ich habe die ja früher mal geschnitten. Aber dieses Mal denke ich, werde ich sie in voller Länge lassen. Und hier seht ihr übrigens gerade, wie ich mich angebrannt habe und dadurch baniert bin. Jetzt geht ihr euch in die zweite Runde. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts mehr, aber ich habe noch eine Minute auf der Uhr. Also PC läuft, alles super. Ich finde ihn geil. Ihr seht schon, ich nehme gerade mit Shader auf. Es dürfte auch alles flüssig laufen. Wenn es ein bisschen wackelt, dann liegt es am Zeitraffer, aber ich denke, das ist jetzt hier nur so, wenn ich den angucke, im Rendern dürfte das dann anders sein. Also wenn es dann gerendert ist, dürfte es dann anders sein. Vielleicht machen wir wieder so eine random PvP-Serie, wie ich ja damals schon gemacht habe. Einfach nur Minecraft PvP. Da haben wir, glaube ich, Trouble in Mineville gespielt und Survival Games. Oder ich mache halt ein eigenes Let's Play. Ich weiß, ehrlich gesagt, echt noch nicht. Ich will halt mit Lori irgendwas machen. Gut, aber es ist auch gleich zu Ende. Also, ich bringe es jetzt kurz nochmal auf den Punkt. Kurzfilm ist in Arbeit. Nächste Woche, hoffentlich kommt drei Videos. Guckt auf meinen Twitter-Channel vorbei. Jetzt ist das Video zu Ende. Vielleicht lege ich dann noch ein Bild oder so rein. LOL. Versuche, mich nächste Woche hinzukriegen. Und, Bad Wars kommt auf jeden Fall. Also dann, haut rein. Ciao, ciao.